So, wir reagieren jetzt auf den zweiten Teil von Weiß Skeptik gegen Sarah Wagenknecht. Er hatte uns im ersten Teil versprochen, man könne Wagenknechts Nähe zur AfD viel eher an ihrer manipulativen und populistischen Rhetorik erkennen. Naja, ich bin mal gespannt, was er uns hier zu bieten hat. Das Video ist auch nicht in Kapitel geteilt, also es wird wohl die ganze Zeit, ja, jetzt nur rhetorische Analyse gehen. Sarah Wagenknecht hat die Gründung ihrer neuen Partei auf den Weg gebracht. Und nicht wenige sehen darin großes Potenzial und Wagenknecht selbst ist als Spitzenkandidatin äußerst populär, zumindest in den sozialen Medien. Ganz egal, ob dich die Techniken von Politikern generell oder Wagenknechts Rhetorik im Besonderen interessiert. Wenn du etwas über Manipulation lernen willst, dann bist du hier richtig. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt Wagenknechts Manipulationsmethoden erklärt. ...verhalb der Regierung oder der Union. Und gemessen an ihrer Social-Media-Präsenz könnte man sogar argumentieren, dass sie die größte direkte Gesamtreichweite aller Politiker hat. Auf jeden Fall ist ihr YouTube-Account mit über 660.000 Abonnenten mit riesigem Abstand. Ja, aber selbst das ist zu wenig. Selbst das ist zu wenig. Diese Partei braucht noch ein Vorfeld. Also die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Reichweite von mehreren Millionen, wenn man da in eine Talkshow eingeladen wird oder mit der Tagesschau. Ich glaube, die hat, also ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, manchmal eine Reichweite von rund 10 Millionen Zuschauern. Also das kann man mit einem YouTube-Kanal nicht stemmen. Deswegen braucht diese Partei auch ein vernünftiges Vorfeld. Dieser Kanal ist verglichen mit großen Fernsehsendern immer noch relativ klein. ...der größte in Deutschlands Politik. Zum Vergleich, auf Platz 2 liegt Alice Weidel mit über 200.000 Abonnenten. Und Christian Lindner hat zum Beispiel etwa 17.000. No way! Unabhängig, auf welcher Position Wagenknecht genau liegt. Eins soll dadurch deutlich werden. Für eine aktuell offizielle... Und die 17.000 sind hoffentlich alle Hate-Watcher. ...parteilose Politikerin hat sie ungeheuren Einfluss. Aber wie schafft sie das? Das versuche ich, in diesem Video zu beantworten. Erstens, ihre Politik. Dass sie inhaltliche Parallelen zur AfD aufweist, habe ich in diesem Video hier bereits erklärt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch, das zur Vollständigkeit auch anzuschauen. So habt ihr eine klare Vorstellung, um Wagenknecht zu haben. Da schreibt gerade einer im Chat, auf die Beispiele bin ich gespannt, auch wenn Sarah Wagenknecht teils Mainstream geht, was Außenpolitik angeht. Ja, ich würde nicht sagen, dass sie inhaltlich auf Mainstream-Kurs ist, aber sie bricht sich häufig sehr vorsichtig aus, weil sie weiß, wie das in den Medien zerrissen wird. Wenn man beispielsweise die amerikanische Regierung oder jetzt im Nahostkonflikt die israelische Regierung zu deutlich kritisiert. Also wir haben ja wirklich einen komplett verrückten Diskurs in Deutschland. Wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Nicht nur, aber auch wegen solcher Aussagen bin ich im Video zu dem Fazit gekommen, dass sie sich inhaltlich als eine Art linke AfD positionieren will. Das heißt, wirtschaftspolitisch links. Die Außenpolitik von der AfD, da würde ich sagen, die ist noch nicht konsequent friedenspolitisch genug. Also brauchen wir jetzt noch nicht mal einzeln darauf eingehen, aber ich würde sagen, Bündnis Saar-Wagenknecht ist dann in einigen Punkten noch konsequenter als die AfD. Gesellschaftspolitisch rechts, inklusive einer ganzen Menge Populismus, vor allem auf rhetorischer Ebene. Zweitens, ihre Rhetorik. Meine Behauptung, dass sie rhetorisch noch stärker an die AfD erinnert als inhaltlich, werde ich im Folgenden überprüfen. Ganz wichtig, viele ihrer rhetorischen Techniken und Stilmittel finden sich natürlich auch bei anderen Politikern. Ganz egal, ob du Wagenknecht nun gut oder schlecht findest. Am Ende des Videos wirst du hoffentlich ein besseres Auge und Ohr dafür haben, wie uns Politiker rhetorisch sagen. Also, weil du es nochmal schreibst im Chat, also was diesen Nahostkonflikt angeht, da sagt ja jemand wie Michael Lüders, der jahrzehntelang in dieser Region rumgereist ist, der sich damit wirklich lange beschäftigt hat. Dass selbst jemand wie er jetzt, ja, schauen muss, was er zu sagen hat. Dass selbst jemand wie er gecancelt werden kann, wenn er sich falsch dazu äußert. Also, ja, okay, ich zeige euch die Analyse nochmal von Michael Lüders zum Nahostkonflikt, die heißt Krieg im Nahen Osten. Könnt ihr, ich zeige es, ich blende es euch mal kurz ein, damit ihr sie leichter findet. Ist eigentlich relativ schnell zu finden. Hier, Krieg im Nahen Osten, so heißt die. Von vornherein klatscht. Schaut euch das gerne an und was er jetzt zum Schluss über den Diskurs in Deutschland sagt und wie, ja, was in diesem Land los ist. Schaut euch das einfach an, das ist wirklich, wirklich gut. Oder schaut euch Interviews mit Moshe Zuckermann an, der hat sich auch schon über diesen Diskurs in Deutschland geäußert. Und, ja, wie viel Kritik an der israelischen Regierung, wie die, ja, in unserem Diskurs behandelt wird. Wie gesagt, Moshe Zuckermann, Michael Lüders, wirklich zwei sehr gute Leute, die ich zu diesem Konflikt nur empfehlen kann. Also, von denen habe ich mir jetzt sehr viel angeschaut, beziehungsweise von Michael Lüders auch durchgelesen. Manipulieren. Drittens, Analyse. Wenn euch solche und ähnliche Videos interessieren, dann abonniert jetzt ihr Blinkesnutzen. Für nur noch. Die nächste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Und dann frage ich mich wirklich, wieso haben wir eine Regierung, die so blöd ist, das alles mitzumachen. Ihre eigene Positionierung führt automatisch dazu, dass sie ihre Kritiker oder politischen Gegenspieler als das Gegenteil framet. Und wo dieses indirekte Framing nicht genug ist, setzt sie mit aktivem, direkten Framing noch eins obendrauf. B-Framing. Der Framing-Effekt beschreibt das Phänomen, dass eine Botschaft mit gleichem Inhalt durch bestimmte Formulierungen ein anderes Verhalten beim Empfänger hervorruft. Das heißt zum Beispiel, dass ich durch geschickte Formulierungen manipulieren kann. What do you mean? Ganz generell bezeichnet der Begriff Framing die bewusst gesteuerte Einbettung bestimmter Erzählmuster und Narrative. Bestimmte Erzählmuster und Narrative, wie beispielsweise Anti-Amerikanisch oder Verschwörungstheorien, was wir ja im letzten Video hatten. Das macht sich wagenknecht zunutze. Also was sagen uns die Wahler... Also passt mal mit mir... Okay, ich hab noch acht Zuflager, die werden nicht so natürlich gut aufpassen. Aber passt mal mit auf, welche Erzählmuster sich bei Skeptik hier jetzt zunutze machen wird. ...ergebnisse tatsächlich, wenn man sie und die vorangegangenen Debatten ohne ideologische Scheuklappen betrachtet. Und welche Konsequenzen sollte ein vernunftbegabter Mensch daraus ziehen? An diesem Beispiel wird deutlich, wie sie sich als die Stimme der Vernunft framet, die eben ohne ideologische Scheuklappen ganz neutral und objektiv auf die Wahlergebnisse schaut. Und gleichzeitig suggeriert sie, dass das die anderen eben nicht tun. Weil klar, ihre Klientel, die hippe Großstadtblase, naja, die braucht die Kindergrundsicherung wahrscheinlich wirklich nicht, weil es ihnen eben ganz gut geht. Wo wagenknecht nicht Idiotie oder Eigeninteresse anderer Akteure als Erklärung für deren fehlerhafte Politik... Naja, in dem Punkt hat er schon recht. Natürlich hat jeder eine Ideologie. Jeder schaut mit einer gewissen Ideologie auf die Probleme. Das stimmt. ...die Kritiker anzieht, dient an deren Abgehobenheit und der verlorengegangene Realitätssinn als Begründung. ...Aktionen von Ampelpolitikern ansehen, die mit Vernunft leider wenig zu tun haben, sondern zeigen, wie realitätsfern und abgehoben große Teile der Berliner Politikblase inzwischen sind. Ich meine, warum fühlen sich denn so viele Menschen von den meisten von allen Parteien nicht mehr vertreten? Aber es gibt Menschen, die natürlich schon deswegen es nicht aushalten können, weil sie sozial sich nicht leisten können, ihren Job zu verlieren. Ganz im Gegensatz dazu hat sie als die Vernünftige natürlich auch noch die Probleme normaler Menschen im Blick und versteht deren Anliegen. Und um auf dieser emotionalen Ebene ganz besonders zu punkten, greift sie noch tiefer in die Trickkiste. C. Bildhafte Sprache. Auffällig in ihren YouTube-Videos ist nicht nur, dass sie mit einer für... ...verwendet Allegorien. Nein. ...Spitzenpolitiker ungewöhnlichen Ansprache daherkommt. Sie gibt sich volksnah, nahbar und wenig distanziert, wenn sie duzt und den Zuschauer damit direkt anspricht. Jetzt seid ihr mal dran, denn könnt ja es einen euch interessieren ganz... ...dublich teilweise den Stil von normalen YouTubern. Oh nein. Andere Dinge als das, was mich der Journalist, die Journalistin in den letzten Wochen gefragt hat. Und tatsächlich ganz, ganz viele Fragen von euch sind gekommen. Das sind natürlich Kleinigkeiten und an sich überhaupt nicht verwerflich. Dass ihr aber Kalkül dahinter steckt, ist klar. Und zusammen mit ihrer leb- und bildhaften Sprache zeichnet sie ganz bestimmte Bilder in den Köpfen der Zuschauer. Wenn der eigene Ehemann, der eigene Sohn irgendwo an einer gottverdammten Front kämpfen muss und jederzeit von Raketen zerfetzt werden kann. Bemerkt ihr das? Hier fallen keine Soldaten im Krieg, sondern junge Männer werden sinnlos von Bomben zerfetzt. Inhaltlich ist es dasselbe, die Leute sterben. Aber die bildhafte Sprache setzt hier einen ganz anderen Frame. Bei umgekehrter Propaganda würde man davon sprechen, dass tapfere Söhne den Heldentod fürs Vaterland gestorben sind. Solche Unterschiede in den Formulierungen sind nie zufällig, sondern sie sollen Emotionen wecken. D. Appelle an die Emotionen. Wagner zeigt immer Verständnis für die Sorgen und Nöte der Bürger. Sie bedankt sich artig für die Parteispenden, die bestimmt von den Ärmsten in unserem Land an sie gingen. Das ist an der Stelle eigentlich nicht wirklich relevant. Stärkt aber ihre Position als verständnisvolle Politikerin für die Armut in der Gesellschaft. Das ist finanziell zu unterstützen mit Spenden. Da gehen auch ganz kleine Beträge, machen übrigens auch viele, merke ich, die wirklich das Geld wahrscheinlich sehr zählen müssen und trotzdem uns 5 oder 10 Euro überweisen. Und sie hat auch Verständnis für die Wut und Unzufriedenheit der Bürger. Und nicht nur das, sondern sie legitimiert deren Politikverdrossenheit. Die Wähler sind verunsichert. Na, warum wohl? Nach zwei Jahren Ampelpolitik. Die Wähler sind nicht politikverdrossen, sie sind Politikerverdrossen. Um mal Volker Pispas zu zitieren. Also die Wähler haben ja nichts gegen Politik grundsätzlich, sondern sie haben etwas gegen eine Politik, die sich gegen ihre Interessen richtet. Wer kann sich denn da noch sicher fühlen? Egal bei welchem Thema, sie nimmt die Wähler aus der Verantwortung und sieht die Schuld für den vermeintlichen Rechtsdruck in Deutschland. Nein, sie nimmt die Wähler nicht aus der Verantwortung, sondern sie bietet den Wählern eine bessere Alternative zu den bisherigen Altparteien, die unser Land gerade gegen die Wand fahren. In der falschen Vorgehensweise der Politik. Trotz AfD-Höhenflug. Muss man sich mal vorstellen, sie gründet eine eigene Partei und jetzt sagt bei Skeptics, sie würde die Wähler aus der... Also damit setzt sie die Wähler ja gerade in Verantwortung, ob sie diese Partei wählen sollen oder nicht. Überhaupt keine Zunahme rechter oder rechtsradikaler Einstellungen in der Bevölkerung. Mehr als drei Viertel der Befragten, also 78 Prozent dieser potenziellen AfD-Wähler, die dort befragt wurden, unterstützen dabei die Antwort, mit der Wahl der AfD kann ich ein Zeichen setzen, dass ich mit der derzeitigen Politik unzufrieden bin. Die Politik sorgt selbst dafür, dass die AfD an Zuspruch gewinnt. Das liegt nicht an denen, die auf ihrem Wahlzettel ihr Hakenkreuzchen setzen. Die Art, wie man sich... War das jetzt ein Witz oder... Man kann die AfD ja für vieles kritisieren, aber so weit rechts steht sie bestimmt nicht. ...mit der AfD auseinandersetzt, ist in der Regel so unsachlich, so überzogen, dass das Opfer solcher Kampagnen fast schon... Zum Beispiel mit, ähm, auf dem Wahlzettel ein Hakenkreuz setzen, wie bei Skeptik es gerade gesagt hat. Also das ist genau diese unsachliche und überzogene Art der Auseinandersetzung, die Wagenknecht hier kritisiert. Automatisch Sympathie gewinnt. Aber sie begreifen es nicht. Und bevor ihr mir in den Kommentaren bei diesem oder bei einem anderen Beispiel erklärt, dass Wagenknecht doch recht hat, dann spart euch das. Das mag sein oder auch nicht. Der Inhalt ist in diesem Fall gar nicht mein Punkt. Der Punkt ist, dass Wagenknecht stets signalisiert, ich verstehe euch. Und ihr seid alle nur Opfer dieser Regierung, die euch nicht ernst nimmt. Aber AfD, nein, also... Das heißt ernst nimmt, die Politik gegen eure Interessen macht, das ist der Punkt. Also 4% Real und Verlust 2022. Und jetzt macht sie gerade eine Sparpolitik in die Rezession hinein. Also noch einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt. Und anstatt jetzt vernünftigerweise die Schuldenbremse auszusetzen, wie es jede rationale Regierung jetzt tun sollte. Und ja, jetzt benutze ich mal dieses Wort rational, weil das völlig irre ist. In einer Situation, wo die Wirtschaft schrumpft, dann auch noch Kötzungshaushalte zu beschließen. Also, ja, was soll man zu so einer Regierung noch sagen? Kinder, das geht nun wirklich gar nicht. Da holt Onkel Özdemir den Rohrstock raus. Sarah ist mit euch auf Augenhöhe. Die Regierung hingegen nicht. Und was bedeutet das für euch? Dass ihr ebenfalls zu den Vernünftigen gehört. Und deswegen sind nicht nur eure Bedürfnisse und Meinungen legitim, sondern auch eure Ängste. E. Appell an die Furcht. Euch ist bisher vielleicht aufgefallen, dass die Kategorien, in die ich hier unterteile, oft fließend ineinander übergehen und gar nicht klar zu trennen sind. Deshalb sind diese auch eher als Orientierung beim Anschauen und nicht normativ gedacht. Denn natürlich sind Appelle an die Furcht gleichzeitig Appelle an die Emotionen. Aber diese werden dann bildhaft beschrieben und in ein geframtes Narrativ gepackt. Wir sollten hier tatsächlich zurück zu einer Situation, die es in der alten Bundesrepublik einmal gab. 71 Prozent entschieden sich für die Aus... Stimmt doch. Das hat doch nichts mit Furcht zu tun. Wir sollten zurück zur Situation, wo die... Also, das ist doch eine vernünftige Forderung. Wir hatten in Deutschland mal rund vier Millionen Sozialwohnungen. Und jetzt haben wir nur noch eine Million. Also, das ist doch ein katastrophaler Absturz, den wir da gesehen haben. Aussage. Ich habe das Gefühl, unter der Führung der anderen Parteien geht das Land den Bach runter. Das ist die vielleicht essentiellste Angst, die viele Menschen haben. Die Angst, dass es mit Deutschland den Bach runter geht. Denn früher war alles oder zumindest vieles besser. Das hat sich so angefühlt. Und die Zukunftsaussichten sind nicht nur für Deutschland, sondern für die Welt eines. Düster. Ich wünschte, ich könnte mich mit erfreulicheren Nachrichten zurückmelden. Aber die gibt... Ich suche die Statistik jetzt nicht raus. Aber Produktion der energieintensiven Industrie, etwa 20 Prozent unter dem Niveau von Vorbeginn des Ukraine-Krieges. Die Auftragseingänge im Bausektor brechen immer weiter ein. Die gesamte Industrieproduktion schrumpft mittlerweile schon. Also, was soll man dazu sagen? Es sieht düster aus. Also, 2018 war die Industrieproduktion noch ein 10 Prozent höher als heute. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie gesagt, müsste ich mir jetzt genau die Statistiken ansehen. Das sind ungefähr die Zahlen, die ich im Kopf habe. Aber es sieht düster aus. Es sieht definitiv düster aus. Gibt es leider nicht. Zumindest nicht... Eben vor allem erstmal, weil die EZB die Zinsen erhöht. Zweitens, weil wir einen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen haben. Und drittens, weil die Regierung eine völlig falsche Haushaltspolitik macht, weil sie aktuell noch an der Schuldenbremse festhält. In Bezug auf den Zustand unseres Landes. Gegenteil. Solche Untergangsszenarien wecken und bedienen gleichzeitig Ängste. Die Kernbotschaft lautet auch hier immer. Ich höre euch zu, denn ich verstehe euch. Nein, solche Szenarien beschreiben einfach die Realität. Also guckt ihr den Produktionsindex für die energieintensiven Industriezweige an. Eure Anliegen und Befürchtungen sind vernünftig. Denn wir sind ja vernünftig. Ja, das sind sie ja auch. Das sind sie ja auch. Also man kann die Rhetorik nicht losgelöst... Also er versucht das hier gerade zu machen, aber man kann die nicht losgelöst von den Inhalten betrachten. Das hat er ja selbst auch gesagt im ersten Video. Und hier hat sie halt de facto recht. F. Klassenkampf. Wir gegen die. Wenn wir also vernünftig sind, dann bleibt für die anderen nur noch die Rolle als die Unvernünftigen übrig. Und diese anderen sind nicht nur gegen eure vernünftigen Wünsche und Bedürfnisse, sie sind auch noch Schuld an der ganzen Misere. Die Regierung im Allgemeinen und die Grünen im Speziellten. Also ich meine, die Grünen, das habe ich ja mal in einem Video... Absolut. Also wer hat denn die Sanktionen gegen Russland beschlossen? Das waren die europäischen Regierungen. Also wer ist an diesem Wirtschaftskrieg schuld? Das ist diese Regierung. Wer hat die Zinserhöhung bei der EZB beschlossen? Das ist das EZB-Direktorium. Da sitzt beispielsweise ein gewisser Joachim Nagel drin. Also ein SPD-Politiker. Ein SPD-Politiker, der für weitere Zinserhöhungen getrommelt hat. Und wer hat diese Kürzungshaushalte beschlossen, die wir aktuell sehen? Das war doch diese Bundesregierung. Also natürlich ist diese Bundesregierung daran schuld. So gesagt, und das hat sich ja inzwischen nicht verändert. Sie ist ja wirklich die inkompetenteste, heuchlerischste, verlogenste und bezogen an dem realen Schaden, die sie anrichten, aktuell die gefährlichste Partei, die wir im Bundestag haben. Sie unterscheidet in der Debatte aber klar... Solche Statements würde ich mir von ihr sogar noch häufiger wünschen. Also diese Partei muss mehr Distanz zu SPD und Grünen aufbauen und muss sich als unabhängige Kraft positionieren. Das Ziel sollte nicht sein, sich SPD und Grünen anzubiedern, sondern das Ziel sollte die Implosion von SPD und Grünen sein. Also von der AfD kommen ja auch solche klaren Signale. Also Maximilian Krazer sagt ja nicht, unser Ziel ist eine Koalition mit der CDU, sondern unser Ziel ist die Implosion der CDU. In der AfD gibt es noch einen anderen neoliberalen Flügel oder Alice Weide. Der sagt, es laufen geheime Verhandlungen mit der CDU. Ich will Maggie Thatcher nach AMA. Wie gesagt, in der AfD, da gibt es auch strategischer denkende Leute wie Maximilian Kraher. Und ja, so ein strategisches Denken, das würde ich mir von der Wagenknecht-Partei auch wünschen, dass sie ganz klar sagt, unser Ziel ist die Zerstörung von SPD und Grünen. War zwischen dem ursprünglichen Grundgedanken und der aktuellen Politik der Grünen. Nun waren die Grünen mal ganz früher, aber dann hatten die ein ganz anderes Profil. Ich meine, die sind mal aus der Friedensbewegung entstanden. Mit diesen Urgrünen damals, Petra Kelly, da hätten wir sicher gut zusammenarbeiten können. Und in ihrem Buch, Die Selbstgerechten, schreibt sie, die Menschen seien nicht gegen grüne Politik an sich, sondern die Art und Weise. Die Grünen kollidieren ja mit unserem, mit dem, wofür wir. Ja, nehmen wir mal Friedenspolitik. Die Grünen schreiben keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Und die Waffen in die Ukraine, die Genehmigungen für Waffenlieferungen nach Israel haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verzehnfacht. Also wir ließen gerade en masse Waffen in Kriegsgebiete. In einem Ausmaß, das es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben hat. Also es wurden zwar immer wieder Waffen in Kriegsgebiete geliefert. Dieser Grundsatz wurde schon seit langem durchlöchert, von den letzten großen Koalitionen vor allem. Aber die Grünen, die sprengen ja gerade wirklich jedes Maß, was wir an Verlogenheit bisher gesehen haben bei dem Thema. Wir stehen Vernunft in der Politik, soziale Gerechtigkeit. Und bevor wir hier zu sehr ins Inhaltliche abtriffen, lösen wir uns mal vom konkreten Beispiel der Grünen, welches sie aber besonders oft behandelt. Aber wir können genauso gut an das Feindbild Regierung denken. Dass sich eine Regierung leistet, die so planlos, so kurzsichtig, so inkompetent und so selbstzerstörerisch in Bezug auf das eigene Land und das Wohlergehen seiner Bürger handelt, wie kaum eine andere demokratisch gewählte Regierung irgendwo auf dieser Welt. Und mit der Regierung, die wir schon anfangs behandelt haben, endet es nicht. Tatsächlich auch kaum wie eine demokratisch gewählte Regierung. Also die wenigsten Regierungen, die handeln so selbstzerstörerisch. Deutschland ist ja eigentlich immer noch in einer starken wirtschaftlichen Position, aber das bröckelt eben rapide ab. Und je länger diese Regierung so weitermachen kann, desto schlimmer wird es. Also Deutschland ist ja immer noch ein reiches Industrieland. Noch muss man sagen, denn wenn die Regierung so weitermacht, dann könnte sich das in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten ändern. Verwagenknecht als Rebell, als Underdog, als die Stimme der Vernunft, ist es eigentlich egal, wer bekämpft wird. Jeder, der nicht zu uns gehört, ist der Gegner. Das Establishment, die Mächtigen. Ob sie nun in Berlin, Brüssel oder in den Konzernen sitzen. Wenn ich mir angucke, wie die Lebensmittelkonzernen... Na, na, so einfach kann man es nicht machen. Sie ist ja für einen freien Diskurs. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Cancer Culture beenden und endlich wieder für Meinungsfreiheit sorgen. Also dass wirklich Menschen mit unterschiedlicher Meinung diskutieren und dann das Vernünftigste rausgesucht wird. Also dieses Politikverständnis, wir versuchen jetzt jeden zu zerstören, also wir versuchen jetzt jeden quasi vom Diskurs auszuschließen. Wir versuchen jeden hier, wir versuchen jeden unschädlich zu machen, der nicht unserer Meinung ist, das haben sie ja nicht. Also so ein Politikverständnis hat ja eher die aktuelle Regierung, die den Verfassungsschutz missbraucht, um Kritiker zu verfolgen. Oder die Kampagnen gegen Kritiker, gegen linke Kritiker extra finanziert. Also man denke da an das Projekt Gegneranalyse vom Zentrum Liberale Modern. Also brauche ich jetzt nicht nur mal einzeln erklären, darauf bin ich schon häufiger eingegangen. Aber ja, sowas will sie ja nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie setzt sich eben für einen freien Diskurs ein. Wie auch die Lebensmittelketten in den letzten Jahren systematisch ihre Margen und damit ihre Gewinne erhöht haben. Die haben eine unglaubliche Marktmacht, weil dadurch können sie immer mehr Geld und mehr abkassieren von denen, die Lebensmittel kaufen. E. Schwarz-Weiß-Fehlschluss. Diese binäre Weltanschauung. Also wir gegen... Fehlschluss. Also jetzt, ja sie hat eben diese binäre Weltanschauung nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber, beziehungsweise das müsste er uns mal belegen, dass sie so eine binäre Weltanschauung hätte. Die Vernunft gegen Unvernunft, Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit ziehen sich durch all ihre Positionen und Argumentationen. Daher ist es auch nicht überraschend, dass das der einzige klassische logische Fehlschluss ist, der hier ständig unterläuft. Also, dass jetzt dieses eine Projekt, wo es wirklich mal darum ging, ein wichtiges Problem anzupacken, nämlich Kinderarmut, so in Grund und Boden geschrumpft wird, dass eigentlich gar nichts davon übrig bleibt, das ist nur noch peinlich. Und das angesichts einer Situation, wo Deutschland beispielsweise für Waffenlieferungen an die Ukraine und sonstige Unterstützungen da schon weit über 17 Milliarden ausgegeben hat. Und für die Kinder hier im Land... Wo ist das hier ein Fehlschluss? Also wir pampern die Rüstungsindustrie, aber für arme Kinder ist kein Geld da. Das stimmt doch. Das ist die Situation, die wir in diesem Land aktuell haben. Es bleibt einfach nur die Realität. Wo ist das hier bitte schön ein Fehlschluss? Für die armen Kinder, da ist dann kein Geld mehr da. Also das kann einfach nicht wahr sein. Wagenknecht stellt hier eine falsche Dichotomie auf. Das ist keine falsche Dichotomie. Also, okay, wir warten jetzt mal seine Argumente ab und dann erkläre ich euch gleich, warum er falsch liegt. Dichotomie auf. Sie tut also so, als könnte man nur das eine oder das andere tun, nicht aber beides gleichzeitig. Und natürlich nennt sie als Alternative ein Thema, bei der ihr jeder Recht geben wird, weil es emotionalisiert. Unsere Kinder. Wenn man dich vor die Wahl stellen würde, lieber eine Million für das... Da gibt ihr nicht jeder Recht. Christian Lindner gibt ihr beispielsweise kein Recht. Und gut, jetzt erkläre ich euch mal, warum er falsch liegt. Also, unter den Bedingungen der Schuldenbremse darf Deutschland nur 0,35% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr einen neuen Schulden aufnehmen. Das heißt, wir haben begrenzte Möglichkeiten. Wie gesagt, man könnte die Schuldenbremse aussetzen, das will diese Regierung aber nicht. Das heißt, wir haben die Wahl. Geben wir unser Geld für Waffenlieferungen an die Ukraine aus? Oder geben wir unser Geld für arme Kinder aus? Oder erhöhen wir vielleicht die Steuern? Aber Steuererhöhungen, das hat die FDP auch schon ausgeschlossen. Also haben wir jetzt diese Wahl. Das ist keine falsche Dichotomie. Das ist unter den Bedingungen der Schuldenbremse die real existierende Wahl. Für die Ukraine, damit dieser Stellvertreterkrieg schön weiterlaufen kann. Oder Geld für arme Kinder. Das ist die Wahl, die diese Regierung hatte. Und sie hat sich für Waffenlieferungen an dieses korrupte Regime in der Ukraine entschieden. Obwohl arme Kinder oder für Waffenlieferungen an die Ukraine auszugeben, natürlich würde sich fast jeder für die Kinder entscheiden. Ganz ehrlich, selbst wenn das keine Dichotomie wäre, wäre ich gegen Waffenlieferungen in der Ukraine. Also das ist ja verrückt, dass wir diesen Krieg da am Laufen halten. Diese Waffen, die stiften ja keinen Nutzen, sondern die richten nichts als Schaden an. Ohne die westliche Einflussnahme hätten wir in der Ukraine schon längst Frieden. Es folgt aber nicht logisch, dass ich nur das eine oder das andere machen kann. Genauso wenig hängt logisch miteinander zusammen, dass ich das eine getan habe, also der Ukraine Waffen geliefert habe, und deswegen das andere, also den Kindern zu helfen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er auf die Schuldenbremse eingeht. Wahrscheinlich nicht. Frieden kann und wird es nur geben, wenn den Interessen aller Seiten reichen. Okay, jetzt geht es um den Nahostkonflikt. Aber nein, das ist keine falsche Dichotomie unter den Bedingungen der Schuldenbremse. Das hatte ich gerade erklärt. Wenn du die Schuldenbremse einhalten willst, dann musst du deine Ausgaben priorisieren. Und wenn du Geld für Waffen ausgibst, dann kannst du es nicht mehr für arme Kinder ausgeben. So einfach ist das. Wie gesagt, du könntest die Schuldenbremse ausgeben, setzen, könntest Steuernbremse. All das will diese Regierung nicht. Das heißt, unter den von dieser Regierung geschaffenen Bedingungen ist das eine echte Dichotomie und keine falsche. ... getragen wird und nicht, wenn eine Seite brutal unterdrückt wird. Es ist ein Elend, dass wir eine Regierung haben, die solche elementaren Zusammenhänge offenkundig nicht versteht. Okay, das ist jetzt echt manipulatives Zusammenschneiden. Also beim Nahostkonflikt, da hat sie ja sowohl die Hamas als auch die israelische Regierung kritisiert. Also ihr hier jetzt eine falsche Dichotomie zu untersch... Also mal gucken, was er hier gleich unterstellt, aber das ist wirklich manipulativ zusammengeschnitten. Sowohl beim Ukraine-Krieg als auch beim Nahostkonflikt, da hat Wagenknecht sich beide Seiten angeguckt und das vernünftig analysiert, wie... ja, wie diese... was die Interessen der beiden Seiten sind und wie man zu einem Frieden kommen könnte. Also, dass endlich die Waffen schweigen müssen. Also das ist ja ihr Ziel. Sie setzt sich für Frieden ein. Also... Wagenknecht argumentiert hier unter der Annahme, dass es Frieden nur geben kann, wenn den Interessen aller Seiten Rechnung getragen wird. Die Geschichte... Ja, das ist doch differenziertes Denken. Das ist doch eben das Gegenteil dieser falschen Dichotomie, die in Kriegspropaganda immer gemacht wird. Jetzt bin ich gespannt. Die Geschichte zeigt aber Beispiele, in denen auf die Interessen mancher Parteien komplett geschissen wurde. Siehe Nazi-Deutschland. Heute sind wir mit die engsten Verbündeten der USA. Ähnlich... Ja... Was will er uns damit jetzt sagen? Japan, die durch die Atombomben zur Kapitulation gezogen wurden. Aber bei Skeptik, du kriegstreiberischer... So einfach ist das tatsächlich nicht mit den Atombomben. Andere Geschichte. Also welche Gründe die japanische Regierung 1945 zur Kapitulation veranlassten. Also da ist die Sowjetunion nämlich noch zeitgleich mit einmarschiert und das dürfte bei dem Evaluieren innerhalb der Regierung, ob man kapitulieren will, auch eine Rolle gespielt haben. Dass dann eine neue Front eröffnet wurde, die Japan nicht halten konnte. Deutscher Barträger. Ist dir denn nicht klar, dass das eher eine Ausnahme als eine Regel war? Höre ich dich einwenden. Selbstverständlich, hypothetischer Kritiker. Aber genau das ist mein Punkt. Es gibt viel... Vor allem ist das dieser Zweite Weltkrieg kein guter Vergleich, weil vor allem die Sowjetunion immer wieder versucht hat, mit Deutschland Frieden zu schließen. Also noch 1943, also als der Krieg militärisch für die Sowjetunion schon gewonnen war. Wenn es schon ersichtlich wurde, dass Deutschland immer weiter zurückgedrängt werden wird. Doch da hat die Sowjetunion versucht, einen Frieden zu verhandeln. Und da hat Deutschland gesagt, nein, wir wollen keinen Frieden. Also das ist allein schon deswegen kein guter Vergleich. Und auch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, da hat die Sowjetunion sich ja wirklich versucht, rauszuhalten. Also der Hitler-Stalin-Pakt, der ist ja ein Beweis dafür, dass die Sowjetunion bereit war, auf deutsche Interessen zuzugehen. Also was will er uns hier erzählen? Sowas wurde bei Russland ja gar nicht versucht, einen vernünftigen Interessensausgleich hinzukriegen, sondern man ist immer aggressiver an Russland herangerückt. Man hat Russland immer weiter bedroht. Man hat 2014 einen Putsch in der Ukraine unterstützt. Also, ja, man hat mit Russland nie einen Interessensausgleich versucht. Und an einem Land, was man nicht vernichten kann, wo man letztlich, ja, wo man letztlich, ja, das letztliche Atomwaffen hat, mit dem man letztlich keinen direkten Krieg führen kann, da muss man auf dessen Interessen eingehen. Weitere Optionen und Szenarien als die, die Wagenhecht aufzeigt. Aber das passt eben nicht in ein duales System. Fuck. Für Wagenhecht. Sie hat eben kein duales System. Sie hat doch gerade, also, dass er dieser, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Er hat sie jetzt manipulativ zusammengeschnitten, um, ja, nicht zu zeigen, dass sie eben beide Seiten kritisiert hat, was eben widerlegt, dass sie ein soziales, duales System hätte, sondern dass sie eine vernünftige dritte Position hat. Eine Position, die sie eben auf Frieden abzielt. Und, also, ich glaube, jetzt wird inhaltlich nichts mehr kommen. Ihm geht es ja nur um die Rhetorik und das ist ja meine Kritik, hier dran. Man kann die Rhetorik nicht losgelöst von den Inhalten betrachten. Ist jeder entweder gut oder schlecht? Zum Beispiel... Nein, ist er nicht. Nein. Macht sie etwas richtig? Macht sie es nicht richtig genug? Und Wagenknecht hat nur... Im Geist ist die Aufgabe einer Opposition, die Regierung zu kritisieren. Ironie und Sarkasmus für sie üblich. Wirklich schade für die Regierung, dass sie nicht nur von der Bertelsmann Stiftung gewählt werden muss, sondern auch von all den unverständigen Bürgerinnen und Bürgern, denen der nötige Weitblick fehlt, um die Erfolge der Ampel gebührend würdigen zu können. Stattdessen... Welche Erfolge? Ich hatte vorhin die wirtschaftlichen Kennzahlen genannt. Produktion der energieintensiven Industrie ungefähr 20 Prozent niedriger als vorbegehend des Ukraine-Krieges. Industrieproduktion sinkt seit 2018 und sackt aktuell tendenziell immer weiter ab. Also welche Erfolge? Stattdessen wählen sie Puh, Igittigitt, wie grässlich die AfD. Denn wir leben eben nicht in einer Welt, wo sich alle lieb haben. Na gratuliere, super Konzept gegen die Wut- und Politikverdrossenheit der Menschen. So macht sie sich über die politische Gegenseite lustig und stellt sich als die Überlegene, als eine Art politischer, allwissender Erzähler dar. Abschließend muss man fairerweise aber zugeben, Nein, sie stellt sich nur als kompetenter und vernünftiger dar als die Ampel. Die Tatsache, dass dieser Fehlschluss der einzige klassische Fehlschluss ist, Also wir hatten jetzt schon zig Unterstellungen, die, ich hatte es gerade herausgestellt, alle nicht stimmen, weil er versucht, die Rhetorik hier vom Inhalt zu trennen, was man nicht kann. Also wie gesagt, diese Dichotomie bei der Waffenlieferung, die besteht tatsächlich. Dieses Betrachten beim Krieg, also die Betrachtung von Kriegen von Wagenknecht, es fällt gar keine Dichotomie da, wie er hier unterstellt hat, sondern ganz im Gegenteil, sie versucht, die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen. Wenn sie immer wieder begeht, zeigt, dass sie rhetorisch und von der Argumentationslogik her gut unterwegs ist. F. Populismus. Vorweg sei gesagt, dass der Begriff Populismus Okay, lassen wir ihn ausreden. zum Beispiel im englischsprachigen Raum kein negativ behafteter Kampfbegriff ist. Neutral betrachtet bezieht er sich eben auf Positionen und Themen, die das einfache Volk abseits der Eliten umtreibt. Das muss also nicht automatisch schlecht sein. Das Ergebnis sind maroden. Genau das wäre meine Antwort auf diesen Vorwurf. Sie sagen, ja, ich bin populistisch, absolut, ich vertrete die Interessen des Volkes. Populismus heißt ja Volk. Eine Bahn, die fast nie pünktlich ihren Zielbahnhof erreicht. Niemand, wirklich niemand hasst die Deutsche Bahn mehr als ich. Und abstreiten, dass die Deutsche Bahn beschissen ist, kann nur jemand, der noch nie in einem anderen Land Bahn gefahren ist. Dieser Vorwurf ist also populistisch, aber Ich bin noch nie in einem anderen Land Bahn gefahren, aber ich hasse die Deutsche Bahn trotzdem. Definitiv richtig. Wagner-Populismus ist aber omnipräsent, also bei jedem Thema da. Und allein von der Wahrscheinlichkeit kann die populäre Meinung nicht jedes Mal richtig sein. Natürlich macht es sich die Regierung auch manchmal zu einfach, wenn sie nach Fehlern schlicht auf die Komplexität der Weltlage verweist. Da spricht sie selbstverständlich nicht von jedem Vorwurf oder von allen Fehlern frei. Was heißt Fehler? Was heißt, ob es ein Fehler wäre, dass die Industrie abwandert? Das ist gewollt. Also eine Regierung, die die Energiepreise derart verteuert, die nimmt das billigend in Kauf. Beziehungsweise wie, ja, die will das. Also, die nimmt das als Preis ihrer Politik in Kauf, als Preis der Politik, also jetzt Russland als Konkurrenten zu betrachten. Das ist ja kein Fehler. Das wird absichtlich hingenommen von dieser Regierung. Aber die Welt ist in der Tat komplex. Probleme sind schwierig und einfache Antworten, die auch der kleine Mann versteht, sind nicht immer ausreichend. oder korrekt. Just because someone says something simple that you understand doesn't mean they're a straight talker. You can say complex things and be telling the truth. But like because you go, I'm gonna make America great again. And you're like, I got every word in that sentence. Wozu solche Rhetorik führen kann, haben wir in den USA gesehen. Einfache Lösungen klingen gut. Deshalb sind sie bei der normalen Bevölkerung populär. Und das macht sich Wagenknecht zunutze. Egal bei welchem Thema. G-Fazit. Die Endstufe des Populismus Da muss man schauen, wie man schnellstmöglich zu einem Frieden kommt und wie man die eigenen Interessen dabei möglichst sichert. Wir haben ja weder ein Interesse daran, dass der Ost-Konflikt eskaliert, noch ein Interesse daran, dass der Ukraine-Krieg immer weitergeht. Also nichts davon haben wir ja ein Interesse. Also ja, da hat sie ja nicht mal einfache Lösungen, sondern da versucht sie wirklich auf einen Kompromiss hinzuwirken. Das ist ja nichts Einfaches. Wo man nicht mal mehr einfache Lösungen und Antworten parat hat, kann man wenigstens rückblickend kritisieren. Endlos draufhauen, ohne konstruktive Vorschläge zu liefern. Auf die Frage, was Wagenknecht konkret anders machen würde, folgt diese Antwort. Wie ließe sich in Deutschland eine sinnvolle linke Wirtschaftsforschung? Wirtschaftspolitik gestalten. Na, ganz sicher nicht so, wie es die Ampel macht. Also mit Links hat das sowieso nichts zu tun. Ich meine, wir hätten eigentlich schon, es wäre schon ein Riesengewinn, wenn wir jetzt eine vernünftige Wirtschaftspolitik hätten. Wir erinnern uns, Wagenknecht vermittelt uns, dass sie vernünftig und die Gegenseite Ja, sie geht gerade auf die relevantesten Punkte ein, beispielsweise diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, dass man den endlich beenden sollte. Aber ja, hier könnte man tatsächlich ein paar Stichworte nennen. Nachfragesteigerung, öffentliche Investitionen, also mehr öffentliche Investitionen, mehr niedrige Zinsen, dazu, ja, dazu eine Lohnpolitik, die dafür sorgt, die sich an der Produktivitätsentwicklung orientiert. Also eine Politik, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren beispielsweise hatten. Also so eine vernünftige Wirtschaftspolitik bräuchten wir wieder. ...der unvernünftig ist. Deswegen muss die unterhaltene Reformen des Steuersystems und der Sozialversicherung. Also das gehört natürlich auch noch mit dazu. ...seite falsch liegen und draufhauen ist immer legitim. Das ist auch der feine Unterschied bei Kritik in einer YouTube-Kommentarspalte. Liefert man eine Begründung oder gar alternative? Oder schreibt man einfach nur, dass das Video scheiße ist? Wer so denkt und spricht ist selber ein wandelnder, personifizierter Schwarz-Weiß-Fisch ist. So wie Sarah Wagenknecht in 2023. Das stimmt. Ich habe ja in der letzten Zeit viele Videos gegen die AfD gemacht und da... Also die AfD-Kommentatoren, die sind tatsächlich nicht so schlimm wie die Wokies, aber die kommen auch nicht mit inhaltlichen Argumenten, warum man denn jetzt falsch liegen würde. ...einreißen ist immer leichter als etwas zu kreieren. Deswegen wird es spannend sein, wie Wagenknecht konkretes Parteiprogramm aussehen wird. Wie wird sie dann mehr als Populismus? Wie viel Substanz steckt wirklich dahinter? Wie gesagt, Populismus ist gut und richtig. Was meint ihr dazu? Kann Sarah mehr als Schwarz-Weiß malen? Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Sie malt nicht Schwarz-Weiß. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr WS in diesem Video ... Sie bringt einfach die... Ja, das ist absoluter Bullshit. Er versucht hier die Rhetorik getrennt von den Inhalten zu analysieren und das muss schief gehen. Also dieses Ukraine-Thema sagt er ja, ja, es gibt ja diese dritte Option und die erwägt sie gar nicht mit dieser Rhetorik, nämlich dass man beides macht. Okay, wenn man beides macht unter den Bedingungen der Schuldenbremse, dann muss man auf irgendwas anderes verzichten, also irgendwo anders sparen. Oder man muss die Steuern erhöhen. Und das will, also beides will die Regierung nicht. Das heißt, unter den Bedingungen, die diese Regierung gesetzt hat, also Schuldenbremse plus keine Steuererhöhung, ist das eine echte Dichotomie zwischen Waffenlieferungen und einer vernünftigen Kindergrundsicherung zu entscheiden. Und die Bundesregierung hat sich für mehr Waffenlieferungen entschieden. Sie hat sich dafür entschieden, dass wir dieses korrupte Regime in der Ukraine mit noch mehr Geld versorgen, dass wir da noch mehr Waffen hinschicken und dass wir diesen Krieg am Laufen halten. Das ist ja auch so, also selbst wenn das, selbst wenn es zu einer vernünftigen Kindergrundsicherung gekommen wäre, wäre das ja absolut falsch, der Ukraine noch mehr Waffen zu liefern, abgesehen davon. Naja, in diesem Sinne, das Video war jetzt tatsächlich Bullshit. Das letzte war auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist auch nur sehr allgemein auf alles eingegangen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao. Ciao.